Raudela Ah, den muss er besser verteidigen Macht er ihn! Wie macht er Dedenrein? So, da hätten wir also das 1 zu 0 Mal sehen, wie es hier weitergeht Ab hier In der Grafik sehen wir jetzt, wie die Ballbesitzwerte verteilt sind Viel nehmen sie sich da nicht, das war auch mein Eindruck vom Spiel Im Ruh Basile Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball Raudela Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler Wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun Raudela Einwurf Ab hier Da verlängert er den Ball Ball ist wieder im Haus Einwurf Und jetzt ein Zweikampf Richtig tolle Stimmung hier Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient Da steht man fest Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her Die letzten Minuten, Spannung pur Basile Und jetzt haben sie den Ball Und jetzt ein Schuss Latte Aber der Ball ist noch heiß Raudela Er steht gut Und hat den Ball Und jetzt der Schuss Gleich bringt er die Ecke rein Können Sie noch ein spätes Tor machen Und hier jetzt der Statistikvergleich So viele Ecken gab es bisher Mit dem Kopf Jetzt schießt er Der Ball geht knapp daneben Und das könnte sich noch rächen Ja, mit dem Treffer hätten Sie Ihre Lage schlagartig verbessern können So Buschi, jetzt gucken wir mal auf die Schussstatistik Und wir sehen, dass Sie hier führen Obwohl Sie weniger Schüsse verzeichnen konnten Einfach effektiver Ab ja Es gibt drei Minuten obendrauf Wurde gerade angezeigt Vielleicht die letzte Chance Hier noch den Ausgleich zu erzielen Wichtig, dass er hier an den Ball kommt Da kommt der Schuss Da ist er Das ist der Lucky Punch Sie haben den Ausgleich Sie schaffen kurz vor Schluss noch den Ausgleich Und wer weiß, Wolf Vielleicht wollen sie Vielleicht können sie noch mehr Vielleicht drehen die das Ding noch Ich kriege mich nicht mehr ein Der Ausgleich in letzter Sekunde Was für ein Finish Sie haben hier also den Ausgleich geschafft 1-1 Da kommt der Schusspilf Es bleibt hier beim 1-1 Erneut kein schlechtes Ergebnis Trotzdem kein Sieg in den letzten drei Spielen Und so langsam aber sicher dürften die Sorgen hier größer werden Sie lassen einige Punkte liegen Das war gut, was er heute angeboten hat Ja, bei dem können sie sich wirklich bedanken Der hat Ihnen mit diesem späten Treffer wenigstens noch den Punkt gerettet Den Ball hat er abgefangen Da hat er außen gut auf Schießt er ihn rein Er trifft die Latte Er trifft den Pfosten Schießt er ihn rein Super vom Torwart Den Ball musst du erstmal halten Ah, den muss er besser verteidigen Magde ihn Wie macht er den denn rein? Und jetzt ein Schuss Latte Aber der Ball ist noch heiß Da kommt der Schuss Da ist er Das ist der Lucky Punch Sie haben den Ausgleich Den Ball hat er abgefangen Da hat er Schießt er ihn rein Er trifft die Latte Da kommt der Schuss Den hat er wohl nicht richtig getroffen Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei Er trifft den Pfosten Er trifft den Pfosten Kim Chin-Walk Der geht nicht rein Es bleibt beim Unentschieden Die muss er besser verteidigen Wie macht er den denn rein? Und jetzt ein Schuss Latte Aber der Ball ist noch heiß Rodela Da kommt der Schuss Da ist er Das ist der Lucky Punch Sie haben den Ausgleich Sie schaffen kurz vor Schluss noch den Ausgleich Und wer weiß Wolf Vielleicht wollen sie Vielleicht können sie noch mehr Ja